Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zum Zivilprozessrecht. Im Folgenden beschäftigen wir uns mit der objektiven Klagehäufung, die in § 260 ZPO geregelt ist. Wenn die Voraussetzungen der objektiven Klagehäufung vorliegen, kann der Kläger in nur einem Prozess mehrere prozessuale Ansprüche geltend machen. Immer wenn ein Kläger das tut, müssen wir auf die objektive Klagehäufung eingehen. Die objektive Klagehäufung ermöglicht also, wie auch die einfache Streitgenossenschaft, ein effizientes Streitbeilegungsverfahren, weil anstelle mehrerer getrennter Prozesse nur ein Prozess geführt werden muss. Man unterscheidet zwischen drei Arten der objektiven Klagehäufung, nämlich kumulativer, alternativer und eventueller Klagehäufung. Daneben gibt es auch noch die Stufenklage, die in § 254 ZPO geregelt ist, dazu aber erst am Ende. Jetzt lesen wir § 260 ZPO. Ihr seht, dass § 260 ZPO von einer Anspruchshäufung spricht. Klagehäufung wird synonym dazu verwendet. Wir beginnen mit der kumulativen Klagehäufung und schauen uns zuerst den prozessualen Aufbau und im Anschluss die Zulässigkeitsvoraussetzungen an. Der Prüfungsaufbau der kumulativen Klagehäufung endet dem der einfachen Streitgenossenschaft, die wir in einem späteren Video behandeln. Im ersten Schritt fragen wir uns, ob tatsächlich eine objektive Klagehäufung vorliegt. Das ist dann der Fall, wenn mehrere prozessuale Ansprüche geltend gemacht werden, also mehrere Streitgegenstände vorliegen. Den herrschenden zweigliedrigen Streitgegenstandsbegriff haben wir bereits im Video zur Klageerhebung behandelt. Woraus setzt sich ein Streitgegenstand demnach zusammen? Ein Streitgegenstand setzt sich aus einem Antrag und einem zugrunde liegenden Lebenssachverhalt zusammen. Für den Streitgegenstandsbegriff ist es deshalb egal, wenn der Kläger seinen Antrag auf verschiedene materiell-rechtliche Anspruchsgrundlagen stützt. Wenn eine Vermieterin die Herausgabe der Mietsache sowohl aus 546.1 BGB als auch aus 985 BGB verlangt, ist das nur ein Streitgegenstand und keine objektive Klagehäufung. Zwei Streitgegenstände liegen dagegen vor, wenn eine Verkäuferin Kaufpreiszahlungen aus zwei Verträgen geltend machen möchte. Das gilt auch, wenn der Antrag auf die Kaufpreiszahlung summenmäßig zusammengefasst wird, da immer zwei Lebenssachverhalte zugrunde liegen. Zurück zum Aufbau. Der erste Prüfungspunkt bei der kumulativen Klagehäufung ist also das tatsächliche Vorliegen einer objektiven Klagehäufung. Im Anschluss muss für jeden einzelnen Streitgegenstand die Zulässigkeit der Klage geprüft werden. Die objektive Klagehäufung ändert grundsätzlich nichts an den Zulässigkeitsvoraussetzungen einzelner Klagen. Sie wirkt sich aber auf die Streitwertbestimmung und damit auf die sachliche Zuständigkeit aus, worauf wir gleich noch eingehen werden. Ist die Klage für mehrere Streitgegenstände zulässig, folgen als dritter Prüfungspunkt die in § 260 ZPO geregelten Zulässigkeitsvoraussetzungen der objektiven Klagehäufung. Das sind erstens mehrere Ansprüche, also mehrere Streitgegenstände, zweitens Identität der Parteien, drittens Zuständigkeit desselben Prozessgerichts, viertens Zulässigkeit derselben Prozessart und fünftens kein Verbindungsverbot. Die letzte Voraussetzung ist ungeschrieben. Wir prüfen, ob die Voraussetzungen in folgendem Beispiel vorliegen. Händlerin V. hat mit dem in Hamburg-Bergedorf ansässigen K. drei Kaufverträge über die Lieferung von Stahlblechen geschlossen. K. hat jedoch nicht bezahlt. Deshalb macht V. die drei Kaufpreisforderungen in Höhe von 5.000 Euro, 6.000 Euro und 7.000 Euro zusammen vor dem LG Hamburg geltend. Prüft einmal selbst, ob die Voraussetzungen des 260 ZPO vorliegen. Die Ansprüche ergeben sich jeweils aus einem anderen Lebenssachverhalt, sodass verschiedene Streitgegenstände vorliegen. Alle drei Ansprüche werden von V gegen K geltend gemacht, sodass auch Parteiidentität vorliegt. Zudem müsste das LG Hamburg das für alle Ansprüche zuständige Prozessgericht sein. Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich schlicht aus Paragrafen 12 und 13 ZPO. Für die sachliche Zuständigkeit kommt es nach 23 und 71 GVG auf den Streitwert an. Der erste Anspruch in Höhe von 5.000 Euro gehört für sich genommen knapp nicht zur Zuständigkeit der Landgerichte, da er 5.000 Euro nicht übersteigt. Nach Paragraf 5 Halbsatz 1 ZPO werden im Falle einer zulässigen objektiven Klagehäufung mehrere in einer Klage geltend gemachte Ansprüche aber zusammengerechnet. Demnach beträgt der Streitwert 18.000 Euro, sodass das LG sachlich zuständig ist. Wenn die Streitwertgrenze von 5.000 Euro nur durch das Zusammenrechnen der Ansprüche überstritten wird, stellt sich ein Aufbauproblem. Denn dann hängt die sachliche Zuständigkeit des Landgerichts von den Voraussetzungen des 260 ZPO ab. Die sachliche Zuständigkeit muss schon in der Zulässigkeitsprüfung angesprochen werden. Unserem Aufbau noch, also bereits bevor man zu 260 ZPO kommt. Um dieses Problem zu umgehen, hat man die Wahl zwischen zwei etwas unschönen Alternativen. Entweder zieht man die Prüfung des 260 ZPO vor und prüft die Norm schon inzident in der Zulässigkeit oder man verweist in der Zulässigkeitsprüfung nach unten. Eine elegantere Lösung gibt es leider nicht. Jetzt aber zurück zu den Voraussetzungen des 260 ZPO. Als vierte Voraussetzung muss dieselbe Prozessart zulässig sein. Eine besondere Prozessart ist neben dem ordentlichen Verfahren zum Beispiel der Urkunden- und Wechselprozess nach § 592 fortfolgende ZPO. Das ist ein beschleunigtes Verfahren, in dem nur Urkunden- und Parteivernehmung als Beweismittel zugelassen sind. Bei uns geht es aber jeweils um das ordentliche Verfahren. Schließlich dürfte kein Verbindungsverbot bestehen. Solche Verbote sind selten. Ein Beispiel ist § 126 Absatz 2 Satz 1 FAMFG, der untersagt, Ehesachen mit anderen Verfahren zu verbinden. In unserem Fall ist aber kein Verbindungsverbot einschlägig. Somit liegen die Voraussetzungen des 260 ZPO vor. Es handelt sich um eine zulässige kumulative Klagehäufung. Alle drei Streitgegenstände können in einer Klage geltend gemacht werden bzw. wie es 260 ZPO nennt, zu einer Klage verbunden werden. Das ist also die Rechtsfolge der zulässigen objektiven Klagehäufung. Was passiert bei Unzulässigkeit der objektiven Klagehäufung? Wenn die objektive Klagehäufung unzulässig ist, kommt es im Regelfall zu einer Prozestrennung nach § 145 ZPO. Die Klägerin muss dann also jeden Streitgegenstand mit einer gesonderten Klage verfolgen. Achtung! Der Wort dort des 145 ZPO räumt dem Gericht ermessen ein. Es kann also auch bei einer zulässigen Klagehäufung eine Prozestrennung anordnen. Ein sachlicher Grund dafür liegt insbesondere vor, wenn durch die Trennung eine Verfahrensbeschleunigung zu erwarten ist. Halten wir also fest, bei unzulässiger objektiver Klagehäufung muss das Gericht trennen, bei zulässiger objektiver Klagehäufung kann es trennen. Das Beispiel, das wir soeben besprochen haben, hatte eine kumulative Klagehäufung zum Gegenstand. Die Klageanträge standen nebeneinander. Jetzt geht es um eine eventuelle Klagehäufung. K hat von der V ein Oldtimer gekauft. Kurz nach Übergabe stellt K fest, dass das originale Radio nicht mehr funktioniert und verlangt von V Nacherfüllung. V verweigert diese jedoch, weil die notwendigen Ersatzteile seit 20 Jahren nicht mehr produziert würden. Daraufhin erhebt K Klage und beantragt, V zur Nacherfüllung zu verurteilen. Hilfsweise beantragt K zudem, V zur Zahlung von Schadensersatz zu verurteilen, falls der erste Antrag abgewiesen wird. Ihr seht, dass die Anträge in diesem Beispiel nicht nebeneinander, sondern in einem Rangverhältnis stehen. Bei welcher Voraussetzung des 260 ZBO muss man darauf eingehen, ob diese Verbindung zulässig ist? Gleich bei der ersten Voraussetzung mehrerer Ansprüche. Die anderen Voraussetzungen müssen ebenfalls geprüft werden. Dort ergibt sich aber kein Unterschied zur kumulativen Klagehäufung. Eigentlich widerspricht die Stellung eines bedingten Antrags der für das gerichtliche Verfahren notwendigen Rechtssicherheit. Sogenannte innerprozessuale Bedingungen sind aber nicht mit Rechtsunsicherheit verbunden, da es bei ihnen nur von der Entscheidung des Gerichts abhängt, ob die Bedingung eintritt. Eine innerprozessuale Bedingung liegt insbesondere vor, wenn der Hilfsantrag vom Erfolg des Hauptantrags abhängig gemacht wird. Einschränkend verlangt die HM, dass Haupt- und Hilfsantrag in wirtschaftlichem Zusammenhang stehen, damit der Kläger sich nicht durch irgendeinen Hilfsantrag mit einem Streitwert von über 5000 Euro die Zuständigkeit des Landgerichts erschleichen kann. In unserem Beispiel dürfte also K. nicht mit dem Hauptantrag nach Erfüllung am Auto und hilfsweise dann die Rückgabe einer goldenen Rolex verlangen, die RV geliehen hat. Der hilfsweise geltend gemachte Anspruch auf Schadensersatz wegen Nichtleistung der Nacherfüllung ist aber auf das gleiche wirtschaftliche Ziel gerichtet, sodass ein wirtschaftlicher Zusammenhang vorliegt. Damit haben wir mehrere Ansprüche im Sinne des 260 ZPO und die eventuelle Klagehäufung ist, nach Prüfung der weiteren Voraussetzungen, zulässig. Keine innerprozessuale Bedingung liegt vor, wenn auf Parteiverhalten außerhalb des Prozesses Bezug genommen wird. Man darf also nicht Kaufpreiszahlung verlangen und hilfsweise Rückgewehr der Kaufsache für den Fall, dass der Käufer den Rücktritt erklärt. Im Falle einer eventuellen Klagehäufung solltet ihr die Prüfung anders aufbauen als nach dem oben erläuterten Vierschritt. Hier bietet es sich an, erst die Zulässigkeit und Begründetheit des Hauptantrags zu prüfen. Dann prüft ihr, ob die Bedingung eingetreten ist und geht im Anschluss auf Zulässigkeit und Begründetheit des Hilfsantrags ein. Im Rahmen der Zulässigkeit des Hilfsantrags sprecht ihr dann 260 ZPO an. Wenn die eventuelle Klagehäufung unzulässig ist, müssen die Prozesse wie bei der kumulativen Klagehäufung getrennt werden. Der Hilfsantrag wird dann der neue Hauptantrag in einem eigenen Prozess. Er muss dann aber im Wege der Klageänderung geändert werden, da ein bedingter Antrag allein unzulässig ist. Weiter geht es mit einem kurzen Beispiel zur alternativen Klagehäufung. Die V erhebt Klage gegen K und beantragt, K zur Zahlung von 5.000 Euro zu verurteilen. Die Verurteilung soll das Gericht entweder auf einen zwischen den Parteien bestehenden Kaufvertrag oder auf ein von K abgegebenes kausales Anerkenntnis stützen. Eine solche alternative Verbindung der Klage begehren ist aber grundsätzlich unzulässig. Die Klägerin muss selbst entscheiden, was sie begehrt. Wenn sie ihren Antrag nicht im Wege der Klageänderung zu einer kumulativen oder eventuellen Häufung umstellt, wird die Klage abgewiesen. Zum Schluss schauen wir uns noch die Stufenklage an und lesen dafür § 254 ZPO. Die Stufenklage ist ein besonderer Fall der objektiven Klagehäufung, der ausschließlich in § 254 ZPO geregelt ist. Auf die Voraussetzungen des 260 kommt es nicht an. Zweck der Stufenklage ist es, dem Kläger die Durchsetzung von Ansprüchen zu ermöglichen, deren genaue Höhe unbekannt ist. Auf erster Stufe wird ein Auskunftsanspruch geltend gemacht, auf zweiter Stufe dann typischerweise ein Leistungsanspruch. Beispiel für einen Auskunftsanspruch ist 662 BGB aus dem Auftragsrecht. Aus dem Zweck der Stufenklage ergibt sich die Voraussetzung, dass der Auskunftsanspruch gerade der Bestimmung des auf zweiter Stufe geltend gemachten Leistungsanspruchs dienen muss. Die Besonderheit der Stufenklage liegt darin, dass gemäß § 254 ZPO auf zweiter Stufe auch ein Antrag zulässig ist, der zunächst noch nicht nach § 253 Absatz 2 Nummer 2 ZPO bestimmt ist. Das solltet ihr auf jeden Fall auf dem Schirm haben. Hierin liegt der Unterschied zu einer normalen eventuellen Klagehäufung. Für den Prüfungsaufbau könnt ihr bei einer Stufenklage genauso vorgehen wie bei der eventuellen Klagehäufung. Fassen wir das Wichtigste noch einmal zusammen. Die objektive Klagehäufung ist in § 260 ZPO geregelt und ermöglicht es, verschiedene prozessuale Ansprüche in einer Klage geltend zu machen. Man unterscheidet zwischen kumulativer, eventueller und alternativer Klagehäufung. In der Klausur stellen wir im Falle einer kumulativen Klagehäufung zuerst fest, ob mehrere Streitgegenstände vorliegen. Dann prüfen wir für alle Streitgegenstände die Zulässigkeitsvoraussetzungen der Klage. Im Anschluss gehen wir auf die in § 260 ZPO geregelten Voraussetzungen der objektiven Klagehäufung ein. Bei der eventuellen Klagehäufung werden zwei Anträge mit einer Bedingung verbunden. Wir prüfen zuerst Zulässigkeit und Begründetheit des Hauptantrags, dann den Bedingungseintritt und danach Zulässigkeit und Begründetheit des Hilfsantrags. Im Rahmen der Zulässigkeit des Hilfsantrags gehen wir auf § 260 ZPO ein. Zulässig sind nur innerprozessuale Bedingungen. Außerdem ist erforderlich, dass ein wirtschaftlicher Zusammenhang zwischen den verbundenen Ansprüchen besteht. Wenn es um eine Stufenklage geht, prüfen wir § 254 ZPO und bauen auf wie bei der eventuellen Klagehäufung. Wenn die objektive Klagehäufung zulässig ist, können mehrere Streitgegenstände in einem Prozess behandelt werden. Ist sie dagegen unzulässig, nimmt das Gericht nach § 145 ZPO eine Prozesstrennung vor. Im Falle einer alternativen Klagehäufung weist das Gericht die Klage allerdings als unzulässig ab. Das war unser Video zur objektiven Klagehäufung. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Zulässig. 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 Zulässig.